Hey ho ihr lieben Pyros hier ist euer Pyroplosion. Ich möchte mich erst mal recht herzlich bedanken, dass ihr mich auf 25 Abonnenten hochgeschossen habt. Ich bin in letzter Zeit sehr sehr inaktiv gewesen. Entschuldigung, das kam aufgrund meiner defekten Mietkamera von letztem Jahr Silvester. Deshalb auch keine Vollwachsvideos von letztem Jahr auf meinem Kanal. Kann aber versprechen, ab dieses Jahr wird es High End Produkte bei mir zu sehen geben. Vorher geringe ich am meisten von Pyromax und Classic. Aber dazu dann im nächsten Video mehr, weil dann mache ich euch eine Übersicht über das was euch dieses Jahr noch erwarten wird. Und mein Gewinnspiel werde ich im nächsten Video auch ankündigen. Für euch habe ich ein kleines Brett vorbereitet als Dank für 25 Abonnenten. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Es ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen Cut 1. Mal sehen, ob es funktioniert. So, hier haben wir nun das kleine gesagte Brett, was wir denn bei Dunkelheit zünden werden. Ja, drei Flitze Feuersteine, fünf Niko Strobos kleine. Mal gucken, wie es funktioniert. Wir sehen uns dann bei der Zündung. Tschaui. So, heyo Pyros, hier sind wir jetzt bei meinem Feuerwerk. Leider fängt es gerade an mit Nieseln, aber ich hoffe, es war trotzdem was. Ich würde ja auch mal sagen, machen wir auch mal das Feuerzeug auf. Das müsste auch mal wieder klappen, ne? Also die Nikos tropsen einfach nur geil. Kann man immer sagen, was er will. Die brennen einfach immer noch die Nikos trops. Das Cut 1, Alter, darfst du keinen erzählen. Also, ja, das war's schon. Wie gesagt, danke für 25 Abonnenten auf meinem Kanal. Ich hoffe, es werden mehr. Bei 50 wird das nächste Spiel folgen und im nächsten Video wird definitiv etwas erwähnt von dem Gewinnspiel. In diesem Sinne, gut Tschüss, euer Pyroplosion.